Alter Schwede, hier strahlt einer rein. Ja, das ist die Kaffelmonide. Durch die Wand. Und damit herzlich willkommen heute zu einer Runde Splatoon und ich bin nicht allein. Mit am Start sind Joni und der liebe Rufkowai. Ja, und wir spielen jetzt eine Runde, keine Ahnung, ich kann mir nicht merken wie das hier heißt. So, wir müssen quasi hier so ein paar komische Bieste erlegen, ein paar Eier sammeln. Splatoon habe ich noch nicht so lange, deswegen sieht das auch relativ katastrophal aus bei mir. Aber irgendwas zum schießen. Ja gut, hast du die Gallon oder den Regenschirm? Gallon. Ja, die Gallo. Okay, ich habe die beste Waffe, natürlich den Quatsch von Valorat. Oh, das geht so bloß. Habe ich mir heute auch im Shop gekauft. Uiuiuiui, scheiße. Ja, 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 nö, 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 ich versuche erstmal so einen komischen Bastard zu töten. Jawoll, erfolgreich geblättet. Habe ich gut gemacht. Ey, ich merke mich ja nie, wenn jemand hier kommen kann. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Bei diesem Team hier. Okay, ich komme, ich komme, aber hier sind liebes viele gerade. Okay, okay. Ach, scheiße, ich habe zu wenig Tinte. Nein! Ich bin mit schön des Wortes. Wo bist du? Okay, ein Zeichen muss ich durchhalten, ja? Ich denke. Das Geile ist beim Schirm, der ist halt wie ein Chargerner und der einfach wie ein Schiffschild. Aber ich krieg's auf jeden Fall schon deutlich besser hin als noch vor einer Woche. Jo. Ja. Klecksroller. Oh ne. Wo hast du denn? Nebel. Leute, ich komme alle vor, muss ich so. Oh ne, nebel. Das ist ein komischen Schwapper oder keine Ahnung, was das hier ist. Das ist der Camp Club, ja, das ist der Regenschirm. Ah, ich sehe es. Ja, aber was will ich denn damit? Wo ist der? Der ist halt eine Schrottspinze, so gesehen. Und wenn du gedrückt hältst, dann kannst du das. Dann kommt halt dieser Schirm. Bin noch länger geprüftiger, jetzt geht der Schirm nach vorne. Ja, das hab ich gesehen. Dann war weg der Schirm auf einmal. Und dann ist er wieder an der, äh, an der, äh. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Okay. Ich hab dich. Danke. Aber irgendwie, komm ich ja trotzdem noch nicht so wirklich klar. Ich geh zur Boss-Almonide. Mach das. Goldi. Da ist ein Goldi. Alter Schwede, hier strahlt einer rein. Ja, das ist die Boss-Almonide. Durch die Wand. Ich hab's glatt gemacht. Letko mio. Schnell geht's. Der hat die Eier. Oh, er hat auch ne Boss-Almonide. Nö. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ihr blöden Säcke. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Nein. Ja. Oh, hat Glück gehabt. Lass mich in Ruhe. Oh, das Ei erst mal weggebracht. Sehr gut. Das war wichtig. Leute, ich beschütze hier noch Eier. Ja, ich komme. Nein. Von Goldi erlegt. Ja, jetzt habe ich auch Abbrennung. Nice. Ich hab noch ein Ei in mir geschnappt. Aber ich glaube, ich kann's nicht mehr hinkriegen. Ne, ich hab' ich nicht. Lauri hat halt die Eier am Start. Ohhhh. Lauri, hast du ja nicht schon gesagt, dass es zwei Parts geben wird? Nein, hab' ich noch nicht gesagt. Aber, Joni, da du's gerade erwähnst, es wird zwei Parts geben. Okay. Ein Part davon auf meinem Kanal und der andere Part dann auf Jonis Kanal. Yay. Du bist special guest. Ja. Die Rolle. Du bist unser Babo. Du bist dann quasi zweimal verlinkt. Ich bin der gespielte Spieler. Okay. Ich hab' den Roller. Und der ohne die Aktion hier viel, viel schlagen könnte. Ja, ich muss zugeben, ich hab' die Piles. Joni, du weißt, dass dann mein schlechtes Spiel bei dir wieder abgebildet ist? Du bist ein Pro. Wir waren nicht einfach anders. Äh, nein, ich werde uns nichts sagen. Ich werde uns nichts sagen. Ich hab' in letzter Zeit über die Ink-Kate recht viel Salmon Run geübt. Trotzdem ein bisschen gestorben. Wo seid ihr denn? Ich lauf' hier grad rum und es passiert nichts. Ja, hier wo das zu mir ist. Ah ja. Seht ihr das große Spiel? Da bin ich gerade. Vielleicht helfe ich euch mal ein bisschen und renne nicht nur blöd rum. Oh, zu viele Boss-Salmoniden. Ich bin schon wieder tot. Danke. Wir sollten vielleicht mal schnell die Bote erfüllen gehen. Oh, nein. Von BÄM erledigt. Also ihr Leute, ihr habt eine neue Stress. Nice. Nein. Was? Schon wieder. Leute. Glory. Nein. Von Salmini erledigt. Fuck. Leute. Es darf nicht wieder scheitern. Ah. Nein. Fuck. Das zeig ich an. Ah, schade drauf, aber egal. Oh, das sieht so gut aus. Ah, schade, schade, schade. Wollen wir noch eine zweite Runde starten oder wollen wir die dann? Schaff' ich zeitlich nicht mehr. Alles klar. Gut, dann starten wir die zweite Runde in Part 2. Von daher bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch beiden. Wollt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte da lassen? Reißt eure Augen ab und nehmen sie uns. Ja. Ansonsten natürlich dann nächster Part bei Joni. Ich bedanke mich bei allen, die eingeschaltet haben. Und schaltet bei Joni ein zu Part 2. Und dann sehen wir uns. Tschüss. Macht's gut. Tschau. Tschüss.